Ich bin der Mathia und ich bin sexy und ich gehe in den Schuhen und Sport machen. Ich bin Julia, ich bin sexy und gehe in den Mälen. Wir waren in der Wüste. Wir haben die Landkarte auf 1000 Stück weggegeben und mussten sie mit einem und beiden übrig. Wir haben gewonnen. Die Seilzeichen musste sehr stark sein. Die Seilzeichen ist mega schnell gesehen. Weil alle grossen Stärken sind als die Kleinen. Dann ist man angestanden. Dann ist man gesprungen. Dann ist man schauen. Erst dann ist man über das Netz zu gucken. Dann haben wir gesagt, wie viel wir hatten. Wir hatten 55 und am meisten 61. Wir hatten einen Schuhen. Das war der Morgenwirt. Ich hatte auch einen Unterstieg. Dann hat man die Schuhe gehalten. Ich habe auch ein Frühstück gekriegt und ein Autogramm und ein Lieblings-Liebchen. Sport-Kids machen wir so Sachen, die nicht so cool sind. Das war nicht so cool. Das war nicht so cool. Das war nicht so cool.